Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit 60 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus. Ohne Wenn und Aber. Gerne auch mit AZWV Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer. Bei uns sind sie richtig. Profitieren auch sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf ihren Besuch und informieren sie gern unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. Bauhaus in Hennef. Im Sommer diesen Jahres kommt das Bauhaus nach Hennef. Bauhaus wird den Standort des ehemaligen Max-Barr-Baumarktes übernehmen. Im Rahmen eines Pressetermins stellt Geschäftsführer Heinz-Lieder-Konrad im Beiseit von Bürgermeister Klaus Piepke seine Umsetzung vor. Wir haben Ende November die Immobilie von Max-Barr hier unter anderem auch in Hennef gekauft. Und jetzt sind wir dabei, diese Immobilie dann auf Bauhaus umzuwidmen. Und am 18.07. wird dann die Eröffnung sein. Wir konnten alle Mitarbeiter von Max-Barr dann auch einen neuen Arbeitsplatz hier in Hennef anbieten. Verträge werden gerade unterzeichnet. Die Verkaufsfläche von 11.000 Quadratmetern wird dem Bauhausstandard nach renoviert. Alle früheren Mitarbeiter des ehemaligen Max-Barr-Baumarktes haben von Bauhaus ein Angebot zur Neuanstellung erhalten. Piepke ist von einem Bauhaus in Hennef überzeugt. Den Kunden erwartet im neuen Bauhaus mehr als 120.000 Qualitätsprodukte in 15 Abteilungen. In Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbetrieben bietet Bauhaus den Montageservice von dem Fachzentrum gekauften Produkten an.